Meine Frau befand sich in den Wehen, als die Krankenschwester endlich verkündete, dass es an der Zeit sei zu pressen. Mit Entschlossenheit gab meine tapfere Frau alles, was sie hatte, bis ein Furz folgte. Daraufhin gab es diesen Moment peinlicher Stille. Meine Frau war sichtlich etwas verlegen, doch ich in meinem Bemühen, sie zu beruhigen, tätschelte ihr sanft den Kopf und sagte, Keine Sorge, mein Schatz, ich habe gehört, dass sowas während der Geburt völlig natürlich und normal ist, nicht wahr? Meinen Blick zur Hebamme gerichtet, während sich ein schwaches Lächeln auf den Lippen meiner Frau abzeichnet. Ja, stimmt die Hebamme schließlich zu, während sie mit dem Würgereiz ringt. Aber normalerweise ist es die Mutter und nicht der Vater.